Das ist Paul. Paul ist in der 11. Klasse und hat Probleme mit Mathe. Wir wissen, dass jeden Monat 20.000 Schüler nach Kurvendiskussion suchen. Einer dieser 20.000 ist Paul. Paul hat auf YouTube und Wikipedia gesucht und ein paar Videos und Artikel zu seinen Problemthemen gefunden. Aber es gibt noch Fragen, auf die er einfach keine Antwort findet. Wir haben Adbooster gebaut. Dort bekommt er beides. Hervorragende Lernmaterialien und individuelle Hilfe von Experten. So, dass er den Stoff sofort versteht. Egal, ob er nachts am besten lernt oder am Vorabend der Klausur noch eine kurze Frage hat. Hier findet er auch Hilfe, wenn sein Klassenlehrer schon längst schläft. Wir alle sind für die Schulbildung der nächsten Generation mitverantwortlich. Erzählen Sie Ihren Freunden und Kindern von Adbooster. Erzählen Sie ω! Vielen Dank.